hallo freunde der geflickten haltung endlich endlich ist wieder soweit apex legends heute wieder rankt ja heute gab es einen kleinen kampf um den bunker am ende sprang kein sieg groß kann ich gleich verraten aber es war eine schöne action und lasst man kommentar da über den escape am ende ob das funktioniert ob die idee ok war oder ob man sagt oh mein gott was ist denn da wieder probiert gemacht gedacht also dann habt spaß mit dem video ja bis abgestoppt maybe ist er bald abgeschobbt? nee wenn ich 184 schaden mache bereit halten für care paket schäde sind leer, aufladung läuft ziel gesichtet auf 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 Besser kill Besser kill AU So macht man das Lade nach Bogenstern unterwegs Schieße Feindlicher Schild geknackt Ich repariere mich selbst Schnee unter Beschuss Ich bin am Boden Ich habe einen feindlichen Schild geknackt Lade nach Brauche ich Ihre Unterstützung Ich werde beschossen hier entlang Fessle sie Keine Sorge ich bin hier Ich gehe jetzt hin durch Stehe unter Beschuss Lade meine Schilde Komm guck raus Lade nach Splittergranate Flittergranate Viggo Gegenner in der Nähe Oh ne 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 Da ist noch ein Squad! What the hell? Oh Gott nein! Ah... Ah... Kontakt mit Ziel! Oh, geil! Komm, tu kammern! Du musst jetzt kammern, Junge! Oh! 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 Scheiße! Das wäre der beste Escape ever gewesen könnte! Der beste Escape ever! Aber... Gedanke war okay! Finde ich! Weiß ich, ob es überhaupt funktioniert hätte! Oh! 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 Ich habe es einfach angefangen! Ja! Oh! Oh! Oh!